Hallo Omi, auch so schön dich zu sehen. Und euch auch. Hallo Valentina, was für eine Überraschung. Toll siehst du aus. Danke Schatz, dass es geklappt hat. Super. Hallo mein Schatz. Und wie gefällt dir Paris? Paris ist abgefahren. Gestern waren wir auf dem Eiffelturm. Abends glitzert er sogar. Und mein Französisch ist auch schon viel besser geworden. Paris est une ville très formidable. Ich werde es trotzdem gern bei euch. So schön, dass du wieder zurück bist. Oh, ich habe dir so viel zu erzählen. Ja, ich dir doch auch, mein Schatz. Das ist übrigens ein total schönes, teures Tuch, das du da trägst. Das, ach das war am Sale. Also ich muss da mal wieder los, die anderen warten. Ich vermisse euch. Bisou. Bisou. Bisou.